Musik Mein Onkel, mein Onkel hat mich letztens gefragt, was willst du machen willst du trainieren oder willst du filmen ich habe gesagt ich will trainieren aber die Wahrheit ist ich konzentriere mich mehr aufs Filmen als aufs Training ich habe letzten Monat wie diesen Monat überhaupt nichts gemacht außer wieder angefangen mit der Physiotherapie weil es wieder schlechter wurde wenn man ein Ziel hat dann muss er oberste Priorität sein man darf nicht denken dass man jetzt 20 verschiedene Sachen macht und bei diesen 20 Sachen werden wir der Gewinner sein ich werde weiter in Blocks machen aber ich darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren und das Ziel ist gesund werden das Ziel ist für die erste Etappe gesund werden auf das muss ich mich hundertprozentig konzentrieren ich war ich war nie gut in der Schule ehrlich gesagt hat mich hat mich die Schule sowas von null interessiert seit ich denken kann wollte ich wollte ich immer nur etwas machen als ich 20 Jahre alt war habe ich das aufgegeben es gab sehr viele Menschen in meinem Umfeld die sie mir immer wieder sagten du wirst es nie schaffen es ist unmöglich du kannst das nicht etc 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 und mir natürlich Ratschläge gabten wie zum Beispiel du musst Geld verdienen du musst viel Geld verdienen schämst du dich nicht mit diesem Alter solchen Sachen halt und nach nach zwei Jahren ständiges immer wieder den gleichen Scheiß zu hören konnte ich nicht mehr und ich gab dann auf ich gab auf ich gab auf ich gab auf so was macht man jetzt 20 Jahre alt ständiges immer wieder das gleiche zu hören dass man nichts wert ist dass man sein Leben kaputt gemacht hat ein Traum hat der nicht in Erfüllung gegangen ist man lebt in einer Welt wo wo es heißt Bildung ist das A und O ich null gebildet und in einer Welt wo es nur um Geld geht nach dem Motto ohne Geld bist du ein Hund bist du nichts wert man fängt an zu glauben dass man dass man keine Wahl hat also ich machte mein Geld nach einer Zeit ich lief ich dann mit 50.000 in den Taschen dann wurden 70.000 und irgendwann werden es 100.000 Franken also ich hatte Geld ob das jetzt viel oder wenig Geld ist das ist dahingestellt natürlich ist das nicht viel wenn man mit einem wenn man es mit einem Millionären vergleicht der Millionen aus dem Fenster werft oder mit eine Milliardären aber für jemand der knapp 20 Jahre alt war und null gebildet gebildet ist war das schon ganz okay nach ein paar Jahren entdeckte ich was erstaunlich ist und zwar dass die Menschen die mich jetzt sagten Geld ist das wichtigste ich muss Geld verdienen ich muss viel Geld verdienen dass sie mich die ganze Zeit angelogen haben denn Geld war für mich nicht das wichtigste ich glaube die meisten Menschen die nie Geld hatten für sie ist Geld das wichtigste sie denken nur an Geld 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 aber 90 prozentig der Menschen die immer Geld haben die Geld haben oder hatten die werden dir sagen dass Geld nicht das wichtigste ist Geld wird dir nicht den Zillenfrindern geben und wenn ja dann dann tust du mir leid versteht mir nicht falsch Geld ist wichtig es gibt ein altes Sprichwort wo es heißt Geld ist nicht wichtig das ist Luft auch aber ohne sie sterben wir also Geld ist wichtig aber es ist nicht das wichtigste ich habe nicht größere Partys gefeiert ich habe nicht größere Flaschen gekauft ich habe ich habe nicht teure Kleidung gekauft und ich habe nicht teure Autos gekauft gar nichts von denen Geld hat mir nur eine gewisse Unabhängigkeit gegeben eine eine gewisse Freiheit hat es mir gegeben mein Luxus war hier regnet und schau ich gehe dahin wo die Sonne scheint Freunde rufte mich an 24 Stunden später hatte ich zehntausende von Kilometern hinter mir oder es hieß hey komm wir machen eine eine Tour durch Amerika mit dem Auto ich war dabei dann gab es Orte wo mir gefallen haben und ich sagte mir weißt du was ich gehe jetzt dahin und bleib da habe mir dann ein riesiges Haus gemietet für mich alleine mit diesen riesigen amerikanischen Küchen habe zwar nicht gekocht aber egal ich war da war schon in verschiedenen Orten dieser Welt ich hatte viele Abenteuer ich rede jetzt nicht von Abenteuern mit einer Frau das interessiert mich gar nicht ich war ich war nie so ein Partygänger wenn ich einmal im Jahr auf einer Party war war das schon sehr viel ich war ich war auch schon in Las Vegas ich habe da meinen ganzen Tag auf einer auf ein riesiges Areal mich vielleicht höchstens fünf Quadratmeter hier und her bewegt so den ganzen Tag habe ich nur auf den ein coolen Cheese mit den Füßen im Wasser das ist kein Reiz für mich heutzutage wenn du in einen Club gehst und eine Frau fragst wird ich ficken von zehn Frauen eine sagt ja das ist eine Sache von einer Minute zehn Frauen zu fragen das ist kein Reiz für mich aber ein Berg zu erklingen das das ist ein Reiz das schaffst du nicht in einer Minute oder in einer Stunde oder in einem Tag das das ist ein Reiz für mich das meinte ich mit Abenteuer ich hatte viele Abenteuer in meinem Leben ein Leben ohne Abenteuer ist langweilig das Leben ist ein Abenteuer aber für das muss man leben das Leben macht einen Weise nicht ein Buch über die Weisheit sondern die Weisheit kommt vom Leben ich hatte schon sehr viele Auf und Darfs in meinem Leben umher ist viel umso höher stege ich auf um dann nur umher zu fallen um mehr Geld ich verdiente um mehr Geld verlor ich dann um dann nur noch mehr Geld zu verdienen ja natürlich hätte ich mir auch ein Haus kaufen können oder eine Wohnung das wäre nicht schlecht das ist nicht schlecht aber alles was Materielles ist das kommt und geht alles andere das ganze Geld das kommt und es geht aber die Abenteuer die ich erlebte die bleiben für Ewigkeit in mir die haben mich zu dem gemacht was ich jetzt bin alle diese gute wie schlechte Zeiten es gibt ein altes Sprichwort wo es heißt in guten Zeiten fühlst du deine Taschen in schlechten Zeiten fühlst du dein Herz in diesen schlechten Zeiten da entdeckst du wer du richtig bist was in dir steckt ich hatte viele hoch und runter irgendwann hast du den Dreh raus ok jetzt bist du wieder mal unten dann stehst du wieder auf gibst Gas dann bist du wieder oben fast schon zu leicht für mich 2014 habe ich glaube ich das erste Bild hochgeladen bei Facebook die Idee war schon 2013 da aber gemacht habe ich nichts es ist sehr schwer es ist sehr schwer den Moment festzuhalten wenn du wenn du so richtig fokussiert wirst wenn du Gas gibst bei mir gibt es dann nur das ich lass nichts an mich rein ich lass nichts Emotionales in mich rein denn das sind alles Sachen die mich stören können die mich ablenken können die mich aufhalten können und ich darf mich nicht aufhalten lassen es gibt da nur etwas für mich und das ist das Ziel das ist das einzige Bild wo ich hier hochgeladen habe wo ich fokussiert war war ein Tag wo ich nicht trainiert habe das war eine Phase da brauchte ich Disziplin um schlafen zu gehen denn ich wollte nicht schlafen ich wollte was tun wo ich mir sagte du musst schlafen dein Körper braucht Schlaf dann schlief ich 5 Stunden ein wenn ich Glück wenn es gut kam dann waren es 6 Stunden ich musste Disziplin haben um zu pausieren letzte Woche habe ich 7 Tage in der Woche hart trainiert diese Woche habe ich auch jeden Tag trainiert das heißt ich muss heute pausieren mein Körper braucht Pause mein Körper muss sich erholen ich brauche die Disziplin um einen Tag nicht zu trainieren heutzutage brauche ich Disziplin um aufzustehen ich brauche Disziplin um mich zu bewegen damals war es nicht so ich brauchte Disziplin um einen Tag Minimum nicht zu trainieren damals hatte ich nicht mal ein Telefon ich habe mein Handy verloren ich hatte glaube 6 Monate nicht mal ein Handy Freunde wollten mir ihre alte Handys geben ich sagte nein Mann hau ab ich will nicht mal ein Telefon haben ich war nur fokussiert an meinem Ziel das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen 6 Monate ohne Telefon alles andere alles andere alle Videos alle Bilder waren alle schon in einer Phase wo ich so einen Gang zurückgeschaltet habe das Video hier das war Oktober fast schon November das waren die letzten Tage von Oktober das Video hier bei Facebook wo die meisten Likes hat ein Spielvideo ich hatte mir da eine neue GoPro gekauft und ich wollte nur testen ob sie die Bewegungen gut aufnimmt oder habe ich sie falsch angestellt eine Woche später hatte ich dann den Unfall ich wollte es eigentlich nie veröffentlichen aber nach ein paar Monate später nach dem Unfall habe ich gemerkt dass es noch eine Weile geht bis ich wieder irgendwas machen kann und dann habe ich veröffentlicht aber ansonsten das hätte ich sonst nie veröffentlicht jetzt haben wir Februar 2017 mehr als ein Jahr später nach dem Unfall stehe ich jetzt hier und spreche mit einer Kamera meinen Körper habe ich verloren meine Gesundheit musste diesen Monat wieder anfangen mit der Physiotherapie weil es schlechter wurde und mein Geld ich habe noch knapp 200 Euro ich habe zwar noch ein bisschen Geld auf der Seite das Finanzamt schundet mir auch noch Geld aber das ist eigentlich alles schon weg für die Rechnungen die im Neujahr auf einen warten also ich bin so gut wie pleite ich hatte mal einen Lehrer der sagte mir immer ich spule erst wenn ich das Messer am Hals habe ja kann schon sein wer hätte das gedacht dass er mit irgendwas recht hatte ein Lehrer sagte mir immer dumm stellen aber schlau sein ja ich war immer ein sehr schlauer Fuchs habe immer alles schnell durchschaut aber es gibt jemanden der schleier ist als ich und das ist der da oben er hat das gemerkt er hat das durchschaut dass das alles keine große Herausforderungen sind für mich einmal bist du einmal bist du unten dann bist du oben wenn du unten bist gibst du ein bisschen mehr Gas dann bist du wieder oben viel zu leicht für jemanden wie mich ich habe dieses Bild letztens bei Facebook und Instagram hochgeladen ich finde das genial dieses Bild ich bin ein sehr gläubiger Mensch also was heißt gläubig ich habe mein Glaube ich glaube an Gott und dieser Glaube gibt mir Kraft ich bin überzeugt dass das Leben ist ein Test und Gott niemandem eine Last gibt die er nicht tragen kann und alle diese Tests machen dich nur stärker und besser und machen so dass dein Glaube wächst er glaubt an dich er glaubt an dich aber schlussendlich ist egal wer oder wer nicht an dich glaubt denn der einzige wer an dich glauben muss bist du aber es bringt nichts wenn ich von glauben zu einer Kamera rede ich muss was machen glauben ohne Taten ist der Tod es braucht damals eine Weile bei mir waren es jetzt fast zwei Jahre mein Körper ist weg meine Gesundheit und mein ganzes Geld dass ich was nicht kann das ist eigentlich kein Problem wenn ich was nicht kann dann trainiere ich oder ich lerne oder ich übe was auch immer aber das das was nicht funktioniert dass mein Körper nicht mehr funktioniert das ist was Neues das hatte ich noch nie das nenne ich mal eine Herausforderung aber wenn ich ehrlich bin ich hätte es mir nicht anders gewünscht tun wie es klingt ich bin sehr froh dass mir das passiert ist ich habe wieder Unglaubliches von mir erfahren und mir wurde Unglaubliches wieder klar und einer dieser Sachen ist seit ich denken kann wollte ich nie was anderes machen oder was anderes sein als die Herausforderung anzunehmen das Unmögliche möglich zu machen und mich weigern aufzugeben ich habe jetzt eine Herausforderung ähm aber jetzt bin ich sieben Jahre älter sieben Jahre reifer und sieben Jahre weißer und im Gegensatz wie vor sieben Jahren als ich 20 Jahre war und ich aufgab nie mehr lass es zu ich hab mir geschworen nie mehr sagen zu lassen was ich kann oder was ich nicht kann wer ich bin oder was ich wert bin was möglich oder was unmöglich für mich ist was mir wichtig ist oder was nicht ich weigere mich jetzt aufzugeben das war immer mein Traum ich lebe mein Traum und ich werde stärker und besser als je zurückkommen aber Glauben und Taten ist der Tod ich muss was machen und ich werde was machen und ich werde meinen Traum zur Realität machen und das ist erst zu Ende wenn ich es geschafft habe die meisten von euch starten wahrscheinlich aus einer besseren Position als ich sei es weil ihr mehr Geld habt äh weil ihr bei voller Gesundheit sind oder ihr körperlich fitter seid als ich jetzt aber das ist okay ich gebe euch einen Tipp wenn ihr ein Ziel habt dann lasst ihn nicht mehr aus den Augen denn wenn ihr dann zurückschaut wird ihr mich kommen sehen und wenn ihr mich kommen seht und ihr euer Ziel aus den Augen verliert und ihr dann ins Schleudern kommt dann geht so schnell wie möglich weg denn wenn ihr vor mir stehen bleibt überhole ich euch denn ich bin jetzt unhaltbar ich bin unhaltbar bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.